Ich habe hier ein Foto, da bist du ins Gespräch vertieft mit Benni von ABBA. Mit Benni, okay. Das war die Konkurrenz, ihr unterhaltet euch ganz friedlich. Nein, nein, es war normal. Es war so schön, dass wir mit allen von ABBA, wie soll man sagen, erfolgreich zusammen in dieser Zeit. Was ist für dich Glück? Glück ist natürlich für mich Lock. Wenn man irgendwie eine Situation, wo man vielleicht glaubt, es ist unmöglich und das schaffe ich nicht, aber irgendwie am Ende hast du die Freude, du hast es geschafft.